Liebe Grüße und herzlich willkommen. Dieses Video ist zum Großteil übernommen von Robert Seeper. Der Link zum Original ist in der Videoüberschreibung. Es geht um die russische Geschichte und die Ereignisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die die Weltgeschichte für immer verändert haben. Die Romanov-Familie war die letzte imperiale Dynastie, die Russland regierte. Sie kam 1613 an die Macht und in den folgenden drei Jahrhunderten bestiegen 18 Romanovs den russischen Thron, darunter Peter der Große, Katharina die Große, Alexander der Erste und Nikolaus der Zweite. Während der russischen Revolution von 1917 stürzten bolschewistische Revolutionäre die Monarchie und beendeten die Romanov-Dynastie. Zar Nikolaus der Zweite und seine gesamte Familie, inklusive seiner jungen Kinder, wurden später von den bolschewistischen Truppen exekutiert. Angeführt von Wladimir Lenin wurden die Bolschewiki später zur kommunistischen Partei der Sowjetunion. Diese Revolution von 1917 und der darauffolgende Bürgerkrieg waren eines der explosivsten politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, bei dem zwischen 30 und 50 Millionen Russen abgeschlachtet wurden und es war eine der grausamsten und brutalsten Völkermorde der Weltgeschichte. Die Bolschewiki waren eine radikale, eine linksradikale und marxistische Partei, die jeglichen Widerstand ausschaltete, Regierungsgebäude und andere strategische Orte besetzte und Lenin zum Diktator des ersten kommunistischen Staates der Welt machte. Diese blutige russische Revolution ebnete den Weg für den Aufstieg des Kommunismus als einflussreichstes politisches Glaubenssystem auf der ganzen Welt und verbreitete sich auch in Ländern wie China, das seine eigene marxistische Revolution erlebte. Schätzungsweise 80 Millionen Tote leiteten die Volksrepublik China ein. Egal, ob es sich um China oder Russland handelt, marxistische Revolutionen beginnen immer auf die gleiche Art und Weise, nämlich mit dem Versuch, die Bevölkerung zu spalten und gegeneinander auszuspielen. Dies kann nach Rasse, Geschlecht oder Klasse geschehen, konzentriert sich aber immer auf wahrgenommene Ungleichheiten in der Gesellschaft und verspricht eine fairere, gerechtere und gleichmäßigere Verteilung von Wohlstand und Ressourcen unter den Bürgern. Das klingt zwar auf dem Papier gut, vor allem dort, wo extreme Unterschiede im Lebensstandard einer Gesellschaft bestehen, aber die neue Ordnung hält nie, was sie verspricht, und am Ende ähnelt sie doch der alten Ordnung, nur, dass die Macht in die Hände einer weniger kompetenten und ineffektiven Form totalitärer Herrschaft übergeht. Wladimir Lenin starb 1924 und löste einen Machtkampf aus, der mit der Machtergreifung von Josef Stalin endete. Er war bis 1953 Führer der Kommunistischen Partei und führte die große Säuberung durch, um Gegner seiner Herrschaft zu beseitigen. Stalin starb 1953 und die Sowjetunion erlebte unter dem neuen Führer Nikita Khrushchev eine Entstalinisierung, obwohl seine Versuche, das Leben der einfachen Bürger zu verbessern, oft wirkungslos blieben. Nikita Khrushchev regierte während der Jahre des Kalten Krieges und Leonid Brezhnev wurde 1964 zum Staatsoberhaupt ernannt. Die Sowjetunion brach schließlich 1991 unter Michael Gorbatschow zusammen, der die verfassungsmäßige Rolle der Kommunistischen Partei aufhob. Aber sie bleibt als zweitgrößte politische Partei bestehen, nach der Partei Einiges Russland, die von Wladimir Putin angeführt wird, der kürzlich seine Gedanken über den Marxismus im historischen Kontext seines Landes und in Bezug auf die aktuellen globalen Ereignisse zum Ausdruck brachte. Wir schauen mit Staunen auf die Prozesse, die sich in den Ländern abspielen, die traditionell als die Träger des Fortschritts angesehen werden. Die sozialen und kulturellen Schocks, die sich in den Vereinigten Staaten und Westeuropa abspielen, gehen uns natürlich nichts an. Wir halten uns da raus. Manche Menschen im Westen glauben, dass die aggressive Streichung ganzer Seiten der eigenen Geschichte, die umgekehrte Diskriminierung der Mehrheit zugunsten der Interessen einer Minderheit und die Forderung, die traditionellen Vorstellungen von Mutter, Vater, Familie und sogar Geschlecht aufzugeben, die Meilensteine auf dem Weg zur gesellschaftlichen Erneuerung sind. Die Verfechter des sogenannten sozialen Fortschritts glauben, dass sie die Menschheit in eine Art neues und besseres Bewusstsein einführen. Hiss die Fahnen, wie wir sagen. Mach weiter so. Das Einzige, was ich jetzt sagen möchte, ist, dass ihre Rezepte überhaupt nicht neu sind. Es mag manche überraschen zu hören, aber Russland war dort schon einmal. Nach der Revolution von 1917 sagten auch die Bolschewiki, die sich auf die Dogmen von Marx und Engels stützten, dass sie die bestehenden Wege und Gewohnheiten ändern würden, und zwar nicht nur die politischen und wirtschaftlichen, sondern auch den Begriff der menschlichen Moral und die Grundlagen einer gesunden Gesellschaft. Die Zerstörung uralter Werte, der Religionen und der zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zur völligen Ablehnung der Familie, das hatten wir auch schon, die Ermunterung, die Menschen, die man liebt, zu verraten. All das wurde als Fortschritt proklamiert und war übrigens damals wie heute in der ganzen Welt verbreitet und in Mode. Der Kampf für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung hat sich in einen aggressiven Dogmatismus verwandelt, der an Absurdität grenzt, wenn die Werke der großen Autoren der Vergangenheit wie Shakespeare nicht mehr an Schulen oder Universitäten gelehrt werden, weil ihre Ideen als rückständig gelten. Die Klassiker werden für rückständig und ignorant gegenüber der Bedeutung von Geschlecht oder Rasse erklärt. In Hollywood werden Mitteilungen über die richtige Erzählweise verteilt und darüber, wie viele Darsteller welcher Hautfarbe oder welchen Geschlechts in einem Film vorkommen sollen. Das ist noch schlimmer als die Agitpop-Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Die Bekämpfung rassistischer Handlungen ist eine notwendige und edle Sache, aber die neue Cancel-Culture hat sie in umgekehrte Diskriminierung, das heißt in umgekehrten Rassismus, verwandelt. Die zwanghafte Betonung der Rasse spaltet die Menschen noch mehr, während die wahren Kämpfer für Bürgerrechte gerade davon träumten, die Unterschiede zu beseitigen und sich zu weigern, Menschen nach ihrer Hautfarbe zu trennen. Ich habe meine Kollegen ausdrücklich gebeten, das folgende Zitat von Martin Luther King zu finden. Zitat Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Zitat Ende. Das ist der wahre Wert. Allerdings sieht es dort anders aus. Übrigens ist die absolute Mehrheit der Russen der Meinung, dass die Hautfarbe oder das Geschlecht eines Menschen nicht von Bedeutung sind. Jeder von uns ist ein Mensch. Darauf kommt es an. In einigen westlichen Ländern hat sich die Debatte über die Rechte von Männern und Frauen in eine perfekte Phantasmagorie verwandelt. Die Verfechter dieser neuen Ansätze gehen sogar so weit, dass sie diese Begriffe ganz abschaffen wollen. Wer es wagt zu erwähnen, dass Männer und Frauen tatsächlich existieren, was ja eine biologische Tatsache ist, riskiert, geächtet zu werden. Elternteil Nummer 1 und Elternteil Nummer 2 gebärender Elterteil statt Mutter und Menschenmilch statt Muttermilch. Weil die Menschen, die sich ihres eigenen Geschlechts nicht sicher sind, verärgert fühlen könnten. Ich wiederhole, das ist nichts Neues. In den 20er Jahren haben die sogenannten sowjetischen Kulturträger auch eine Art Neusprech erfunden, in dem Glauben, ein neues Bewusstsein zu schaffen und auf diese Weise Werte zu verändern. Ganz zu schweigen von einigen wirklich ungeheuerlichen Dingen, wenn Kindern von klein auf beigebracht wird, dass ein Junge ganz einfach ein Mädchen werden kann und umgekehrt. Das heißt, die Lehrer zwingen ihnen tatsächlich eine Wahl auf, die wir angeblich alle haben. Dabei schließen sie die Eltern aus dem Prozess aus und zwingen das Kind zu Entscheidungen, die sein ganzes Leben auf den Kopf stellen können. Sie machen sich nicht einmal die Mühe, den Kinderpsychologen zu konsultieren. Ist ein Kind in diesem Alter überhaupt in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen? Das grenzt an ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das im Namen und unter dem Banner des Fortschritts. Nun, wenn es jemandem gefällt, dann soll er es ruhig tun. Ich habe bereits erwähnt, dass wir uns bei der Gestaltung unserer Ansätze von einem gesunden Konservatismus leiten lassen werden. Das war vor einigen Jahren, als die Leidenschaften auf der internationalen Bühne noch nicht so hoch kochten wie heute. Obwohl man natürlich sagen kann, dass schon damals Wolken aufzogen. Jetzt, wo die Welt eine strukturelle Zerrüttung durchmacht, ist die Bedeutung eines vernünftigen Konservatismus als Grundlage für einen politischen Kurs gerade wegen der sich vervielfachenden Risiken und Gefahren und der Zerbrechlichkeit der uns umgebenden Realität umso größer geworden. Präsident Wladimir Putin sagt, dass die sogenannte Wache-Ideologie die westliche Zivilisation zerstört. Er verurteilt den linksradikalen Progressivismus und vergleicht ihn mit den dunkelsten Tagen Russlands während der bolschewistischen Kommunistischen Revolution von 1917, in der die Sowjets die Produktionsmittel beschlagnahmten und die Regierung stürzten. Die meisten westlichen und vor allem amerikanischen Schüler werden nicht über die marxistischen Taktiken unterrichtet, die den Kommunismus einleiteten, und über den massenhaften Tod, der damit unweigerlich einherging. Stattdessen wird ihnen die kritische Rassentheorie beigebracht, eine afrozentrische Propaganda, bei der es nicht darum geht, Gleichheit herzustellen, sondern eine bestimmte Völkerungsgruppe zu dämonisieren und zu verunglimpfen, um eine bestehende Machtstruktur auszurotten und ihren Zusammenbruch herbeizuführen. Familienwerte, Religion, Rasse, Geschlecht, Moral und Nationalismus werden von Hollywood, den Medien und der Akademie als Bedrohung dargestellt. Dies wird in historischen Berichten über das Deutschland des 20. Jahrhunderts verstärkt, das mit demselben Genozid konfrontiert war, der gerade das russische Volk dezimiert hatte. Statuen wurden in Deutschland von der Antifa entfernt, derselben militanten marxistischen Organisation, die in den Vereinigten Staaten randaliert und Statuen entfernt und es war dieser Linksextremismus, der den Aufstieg der dortigen nationalistischen Partei bewirkte, was in den modernen Geschichtsbüchern nicht erwähnt wird. Warum hat Hitler die Juden wirklich gehasst? Was wollte er von ihnen? Wie haben sie ihn beunruhigt? Aber das steht alles hier in Mein Kampf. Dieses Buch wurde erst vor kurzem veröffentlicht. Die Übersetzung ins Hebräische wurde kürzlich genehmigt. Sie war all die Jahre verboten. Aber es gibt eine frühere Übersetzung, die von Yad Vashem gemacht wurde. Es wurde ihnen erlaubt. Hitler behauptet in seinem Buch, dass die Juden Kommunisten sind. Sie haben die russische Revolution gemacht. Sie haben ihre 30 Millionen Russen umgebracht. Alle Intelligenten. Auf grausame und schreckliche Art und Weise. Und das ist ihr Plan für die ganze Welt. Das nächste Land in der Reihe ist Deutschland. Sie haben die Deutsche Kommunistische und Sozialistische Partei gegründet und das stimmt. Zitat Wenn wir sie jetzt nicht besiegen, werden sie uns vernichten und weitere 20 Millionen abschlachten. Alle intelligenten Menschen. Zitat Ende. Und so zogen sie von Land zu Land. Am Ende würden die einzigen Intelligenten, die übrig blieben, die Juden sein. Und er wiederholt es viele Male. Keine Frage. Und er hat Recht. Die russische Revolution wurde von Juden gemacht. Die russische Armee wurde von Trotzki aufgebaut. Der ein unglaubliches Genie und ein Antisemit wie kein anderer war. Er schuf die jüdische Abteilung der Kommunistischen Partei. Deren Mitglieder ihren Vater, ihre Mutter, ihren Bruder und ihren Sohn bespitzelten und verrieten. Wer auch immer einen Sidur oder auch nur ein hebräisches Lernbuch besitzt, ich spreche nicht einmal von Tefillin oder Mikve. Er hat alles zerstört, auch von den Juden, aber ganz sicher von den Russen. In der ersten Version der russischen Regierung waren von 13 Mitgliedern 6 Juden. Wer hat den KGB gegründet? Juden. Also ist alles klar niedergeschrieben. Er hasste die Juden nicht, weil sie in Anführungszeichen Peos hatten. Er hasste sie nicht, weil sie Mitzvot einhielten, sondern weil sie Kommunisten sind. Und er schreibt es klar. Zitat Die Juden zerstörten die Religion und den Glauben. Sie verbreiteten in Deutschland die Ketzerei an Gott. So schreibt er Zitat Ich fühle mich als Bote Gottes, um die Juden auszurotten. Zitat Ende. Weil sie nicht an ihn glauben. Das schreibt er genau hier. Verstehen sie jetzt, warum das nicht in den Schulen gelehrt wird? Denn wer schreibt den Lehrplan? Eben jene Linken. Natürlich schreiben sie nicht, dass Hitler die Juden töten wollte, weil sie die Vorvater der Linken und der Vorväter des Marxismus, des Kommunismus und des Leninismus sind. Aber das ist es, was er schreibt. Sie haben alle Werte zerstört. Die Literatur und das Theater vergiftet. Wer hat das getan? Tora observante Juden haben das deutsche Theater vergiftet? Von neun großen deutschen Zeitungen waren sieben im Besitz von Juden. Verstehst du jetzt, warum es hier verboten ist, darüber zu lehren und was er sagt? Entschuldigung veräumachen und veräumachen sieben nö . auch zählen sind Menschen von Looks bin haben auch du ist, da sind von vers ho réun an Untertitelung des ZDF, 2020